Wie gesagt, das war Yves, die Woche und ich Nummer 6. Ja, wer jetzt nicht ganz dabei sein konnte, es wird bald, ich denke mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, wird es auf YouTube erscheinen. Ich werde das gleich mal rüberporten. Also, ja, das kann ich ja schon mal nebenbei mit jetzt machen. Ach, wisst ihr, Taktik muss ja aufgehen. Wo ist meine Ivy? Da. Undock. Die kann schon mal irgendwo hingehen und salvagen. So. Kann ich nämlich das A1 schon mal löschen, äh, salvagen nicht löschen. Kann ich nämlich anfangen und dann macht das alles sein Ding hier. So. Das zieht sogar noch ran. Nicht schlimm, die Salvager sind eh langsam. Uns sind nur 4. So, ihr seht es jetzt, die laufen jetzt los, äh, die salvagen jetzt los und... Und die hauen wir dann jetzt hier gleich das Inventory voll. Währenddessen bin ich kurz auf dem Desktop und, äh, tu das Video porten. So, dass es zu YouTube kann. Also, ja, wir schauen jetzt weiter an. Also, das ist mir ganz klein. Und das wird ja mal... Ich bin jetzt Vielen Dank.